Die Hitze killt mich. Ich schmelze. Hörst du das? Oh mein Gott, da draußen verkauft jemand Eis. Warte, ich will auch. Stopp! Ich bin zu spät. Oh nein. Ich hab ne geniale Idee. Komm. Ich mach uns jetzt mit der Eismaschine von Medion aus unseren Lieblingsgetränken Eis. Einfach nur reinschicken und anmachen. Wirklich geil, oder? Ja, man, so geil.